Du singst deinen Lieblingssong und dann kommt da diese eine Stelle. And through it all! Oder And through it all! Immer wenn du weißt, dass gleich ein hoher Ton kommt, bricht er halt entweder komplett ab, wackelt total, oder du drückst ihn komplett aus dem Hals. Ich gebe dir heute 5 einfache, sofort umsetzbare Tipps mit an die Hand, damit du hohe Töne einfach singen kannst. Am Ende gibt es noch einen kleinen Bonus-Tipp, gerade für längere Töne, hohe Töne sind ja auch oft lang, dass du die auch stabil und lang halten kannst und einfach Spaß dran hast. Hi, ich bin Tolga Eugen, dein Gesangscoach und heute gebe ich dir 5 einfache Tipps, damit du hohe Töne leicht singen kannst. Hoch singen ist nämlich gar nicht schwer, wenn du weißt, wie. Tipp Nummer 1, stelle dir hohe Töne weit weg vor und nicht hoch. Weil sobald du denkst, ein Ton ist hoch, hast du die Tendenz, deinen Kopf zu heben und dann ist dieser ganze Bereich total angespannt. Sag mal, hallo, ich bin heute sehr entspannt, wenn du deinen Kopf gehoben hast. Hallo, ich bin heute sehr entspannt. Hallo, ich bin heute sehr entspannt. Merkst du, was hier für ein Druck ist? Das heißt, das wollen wir beim Hoch singen natürlich vermeiden. Hohe Töne sind weit. Oh, der ist weit weg. Nicht, ah, der ist weit, der ist hoch, der ist hoch. Der ist weit weg. Oh, der ist weit weg. Tipp Nummer 2, super einfach, aber so oft nicht richtig umgesetzt. Mach deinen Mund weit auf. Und zwar weit auf heißt nicht äh, sondern äh, äh. Wirklich vertikal die Mundöffnung deutlich mehr öffnen, als du es gewohnt bist. Und ich würde dich in den ersten Tagen, wenn du übst, dazu ermutigen, nimm einen Spiegel oder eine Selfie-Cam und überprüf wirklich beim Singen, machst du den Mund auf. Und ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Mal ich schon Schülern und Schülerinnen gesagt habe, schau mal, du hast deinen Mund nicht geöffnet. Und sobald sie geschaut haben, in den Spiegel oder in die Camp, haben sie es dann gemacht und haben automatisch das Ganze viel, viel besser umgesetzt. Und sobald es ein Muskelgedächtnis ist, wird es einfach, weil viele Sachen dann einfach so funktionieren. Also mach es unbedingt. Tipp Nummer 3, die hohen, intensiven Töne kommen aus deinem Körper. Stell dir vor, jemand entreißt dir deine Handtasche oder dein Portemonnaie und du siehst ihn wegrennen und du rufst, hey! Ja, du überlegst ja in dem Moment nicht, hey, wie kann ich stützen oder wie kann ich genau den richtigen Atemdruck aufbauen? Hey! Oder hey! Sondern es funktioniert einfach. Du kriegst einen Schreck, hey! Halte den auf! Da! Ja? Du rufst. Und dieses Rufen ist so ein natürlicher Vorgang, dass wir einfach die richtige Energie, den richtigen Atemdruck, die richtige Anbindung in unseren Körper haben. Tipp Nummer 4, bereite den Übergang zum hohen Ton vor. Du musst genau wissen, wo der sitzt. Welcher Ton ist das? Ja, wenn du singst... Infruid all! Infruid all! She offers me protection! Dann weißt du genau, okay, da ist ein Übergang, der hat eine deutlich höhere Intensität. Ja, stell dir vor dir das Infruid, was vielleicht eine Intensität von 3 oder 4 hat, von der körperlichen Intensität her, und der lange Ton oder der hohe Ton, der hat vielleicht eine Intensität von 7, 8. Das heißt, du musst schon ein bisschen Gas geben. Wenn du aber Infruid, wenn du versuchst, in der gleichen Intensität daran zu gehen, dann ergibt es keinen Sinn, weil du einfach einen viel höheren und ziemlich kräftigen Ton auch noch hast, wo du einfach mehr Atemdruck brauchst. Du brauchst mehr diese Anbindung, über die wir gerade gesprochen haben, zu deinem Körper. Tipp Nummer 5, keine Angst vor hohen Tönen. Weil wenn du Angst hast, kannst du genau das, diese Verbindung zu deinem Körper, die richtige Intensität zu wählen, die Freiheit, einfach den Song zu leben, darauf kannst du nicht zugreifen. Du musst wirklich aus ganzem Herzen mit vollem Einsatz da reingehen. Infruid, oh, she offers me protection. Dann kannst du auch mit der richtigen Intensität da reingehen, mit dem richtigen Spaß. Es ist einfach ein gutes Gefühl, hohe Töne zu singen, wenn du dir selbst nicht im Weg stehst und ich weiß, dass du es kannst und du weißt es eigentlich auch. Du hast dir nur bisher nicht die Erlaubnis gegeben, dass du laut sein darfst. Dann gebe ich dir jetzt die Erlaubnis, ja, du darfst laut sein. Leute sollen und wollen dich hören. Bevor wir zum Bonustipp kommen, schreib mir in die Kommentare, welcher dieser fünf Tipps hat dir am meisten geholfen, hohe Töne besser zu singen. Und jetzt kommt der Bonustipp für besonders lange Töne. Benutze deine Gestik. Es ist keine Choreografie, aber es ist, du kannst mit deinem Körper die Töne verankern. Du kannst, stell dir vor, wie so eine langsame Bewegung, die du so langsam ziehst, wie so gegen gewissen Widerstand. Wenn du zum Beispiel hast, Infruid, oh, da hilft mir, mein Arm sozusagen, mich selbst zu dirigieren. Infruid, oh, Dann kannst du sie auch länger halten, weil du mit deiner, mit dem Dirigieren dir selbst sagst, so geht's. Weiter geht's im nächsten Video. Wie kannst du denn mit der optimalen Atemstütze, mit der richtigen Intensität singen? Und dann verashft das eine Mängerin Töne.